Ich sag euch jetzt einfach, wie es ist. Ich brauche eine Pause. Ich muss mich mal ganz kurz wie zuhause fühlen. Ich brauche meinen privaten Fernsehsessel, ein Glas Cola und ein paar Chips und deswegen haue ich jetzt auf den Buzzer. Aber bevor ich das tue, sage ich, herzlich willkommen, Johannes Bill Kerner! Das überraschend, überraschend, ganz toll, ganz toll, ganz toll. Hallo Ernst, noch freut mich. Meine Ehre, hallo, freut mich sehr. Schön, dich zu sehen, Paul. Herr Kerner, die Moderatoren, da duzt man sich, nickt sich so am Geld zu. Wir können uns sofort duzen. Danke, dass du mir hilfst. Ich brauche mal eine Pause. Ich weiß, bei dir ist das irgendwie in guten Händen. Hast du schon mal ein Quiz moderiert? War schon mal dabei. Ich habe schon mal ein paar Fragen vorgelegt. Ja, dann mach mal. Ich lasse dich alleine, ich setze mich da hin. Nein, nein, stopp, stopp, so einfach ist das nicht. Ich habe das verfolgt, was du ja gemacht hast. Das ist echt gut. Du hast das richtig toll gemacht. Dankeschön. Und noch, geht sofort weiter. Noch eine Kleinigkeit. Du spielst im Grippstheater in Berlin. Ja. Das ist für mich, ich bin ja schon ein paar Wochen älter als du, das ist für mich Teil meiner Kindheit. Ich habe alle Stücke gesehen im Grippstheater. Ich habe zu der Zeit in Berlin gelebt, von Stockerlok und Millipilli über ein Fest bei Papadakis, Doof bleibt doof, bis hin zu Alles Plastik, Linie 1, habe ich bestimmt 20 Mal gesehen. Ich war praktisch der Dauergast da im Theater. Bist du super. Ich wünsche dir eine schöne Pause. Ja, ja, macht gut. Ich lasse mich nur. Doof bleibt doof. Doof bleibt doof. Doof bleibt doof. Der Titel meiner Biografie. Ja, sagt so. Jasna, Joko. Ja. Paul, alles im Lack bei euch. Ja, klar. Supi. Okay. Wir haben ein Spiel vorbereitet. Das ist bizar. Was hast du da? Das ist total bizar, dass du jetzt stehst und das moderierst. Finde ich super. Joko, weißt du, was eine Collage ist? Klar. Okay. Danke, dass du nicht nachfragst. Ja. Ich wollte höflich sein. Wir machen jetzt im Grunde genommen eine gespielte Collage. Wir suchen nämlich Jahreszahlen und ihr bekommt collage-mäßig Hinweise. Und wer glaubt zu wissen, welche Jahreszahl gesucht wird, der oder die buzzert und antwortet dann möglichst richtig. Wenn richtige Antwort dann Punkt, wenn falsche Antwort dann für diesen Teil des Spiels gesperrt wird. Ist sowas wie 80er oder 19. Jahrhundert? Ist das okay als Antwort? Wir suchen exakt vier Zahlen. Exaktes Ja. Exaktes Ja. Ist nicht so schwer. Doch. Das ist schwer. Hoffentlich ist das ein Bild von meiner Geburt, weil das Ja weiß ich. Dann kommt jetzt Die Ja-Saga. Die Ja-Saga. Hier ist Runde 1. Was? Das ist Tony Blair, Premierminister von Großbritannien seinerzeit. Er ringt seinen Wahlsieg. Keine Ahnung. Nächster Hinweis. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Erstveröffentlichung in der Originalsprache. Ich dachte, das war noch mal genau. Ich wollte auch den das Ja gesagt. Nein, das ist das Spiel. Nein, das geht anders. Das müsst ihr schon selber sagen. Legendäre Pressekonferenz von Tic-Tac-Toe. Boah, was? Man kann es ja schon mal so ein bisschen in die Richtung, aber wenn ihr was sagt, sagt ihr natürlich den anderen auch was vor. Also insofern vielleicht ein bisschen vorsichtig mit Laut sprechen. Jan Ulrich feiert seinen ersten und einzigen Tour de France-Sieg. Joko hat gebuzzert. Boah, lieber Gott, steh mir bei. Was denkst du gerade? Was versuchst du zu sortieren? Ich weiß, dass das das gleiche Jahr ist, wo wir im Norwegen-Urlaub waren. Hast du dann im Norwegen-Urlaub Tour de France geguckt die ganze Zeit? Nein, aber ich weiß, dass das Thema im Norwegen-Urlaub war und ich das so total, als Kind checkst du ja nicht, wie krass die Leistung ist. Okay, dann fünfter Hinweis. Du warst im Norwegen-Urlaub. Ja, genau, und es war das Jahr, als ich auf die weiterführende Schule gegangen bin. Hä, wie alt bist du? Das müsste 1989 gewesen sein. Bitte? 1989. 1989 ist... Wie bitte? Was? Dicker, das war ein Tic-Tac-Toe. Und Harry Potter, Alter, was? Wie alt soll Jan Ulrich sein? 100? Dann hätten wir den 60. Gewurzler von Jan Ulrich knapp verpasst, oder? Jetzt in diesem... Also hier, verbreitetes Kopfschütteln im Publikum. Ich kann dir das nicht ersparen, Joko. Okay, warte, dann geben wir... Nee, 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 nee. Du bist raus. Was war denn? Nein, du bist raus für die Runde. Nein, 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 aber... Doch, 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 du bist raus für die Runde. Nein, ich ertrag's nicht. Ja. Was war denn 1989 im Sommer, oder? Also 1989 ist... Bin ich geboren, zum Beispiel. ...falsch. Deshalb macht Joko kurz Pause. Ach man, ich weiß sowas nicht. Jasna und Sido spielen weiter. Nächster Hinweis ist, am 19. Dezember des gesuchten Jahres kommt... Keine Ahnung. ...Titanic in die Kinos. 89. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H. Und... Sache entwickelt sich jetzt hier nicht erfreulich. Am 31. August des Jahres... Nächster Hinweis. Warte. Verunglückt Lady Diana Tüttel. Ah, fuck. Fuck. Mh... Scheiße. Sido. 98. Scheiße! 1998 ist... ...falsch. Ja. Oh. Darf ich nochmal? Nein, ich bin ganz raus. Nein, Jasna darf nochmal. Es gibt aber keinen weiteren Hinweis mehr. Okay, ähm... Wuh! Ähm, 97. 1997 ist richtig! Boom. Die Acht Jahre. Entschuldige bitte. Die Acht Jahre. Die Acht Jahre. Das war ein sehr langer Norwegen-Urlaub. Wir waren acht Jahre in Norwegen. Wir hatten es halt. Ja. Aber man merkt natürlich auch schon in der Systematik des Spiels, dass es ein Zockerspiel auch ist. Die anderen falsch antworten lassen. Kann auch eine Taktik sein. Welches Jahr suchen wir? GTA 5 wird released für Playstation 3 und Xbox. Am 3. Oktober startet Gravity. Scheiße. Sehr viel Scheiße in den Jahren. Ja, es ist immer bei mir. Ähm, Merkels Kabinett 3, also die Regierung Merkel 3, wird am 17. Dezember vereidigt und vom Bundespräsident ernannt. Der größte Sportverein der Welt, der FC Bayern München. Hä? Ne, ich muss gar nicht zocken. Ich sag einfach 2016. Jasna sagt 2016. Den vierten Hinweis ja gar nicht zu Ende angehört. Der hätte geheißen, der FC Bayern München schafft das Triple. Und 2016 ist falsch. Ja klar, es ist falsch. Oh, ich bin unsicher. Aber machen wir weiter. Joko, du wolltest doch eben schon buzzern. Ja, 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 aber ich bin, äh... Scheiße. Machen wir noch ein... Nächster Hinweis. Miley Cyrus Wrecking Ball erscheint. Oh, fuck, ich weiß das jetzt. Am 25. August für das Protokoll. Joko zittert am Buzzer. Ah, jetzt bin ich unsicher. Ja. Edward Snowden, Whistleblot. Was soll man da machen? Komm, dann drücken wir jetzt einfach irgendwas und sagen was. Du weißt das doch auch nicht. Wir raten jetzt... Nein, aber ich bin mir wegen Dings unsicher, wegen der Bayern unsicher. 2012. 2012 ist falsch. Ja, ist ja okay. Kommt da noch ein Hinweis? Kein Hinweis, aber du bist noch im Spiel. Du könntest buzzern und antworten. Ich würde auf 13 tippen. Welche Jahreszahl? 2013. 2013 ist richtig. Ja. Punkt für Joko. Zu dumm zum Rechnen bin ich. Alle im Spiel. Hier kommt die nächste Runde. Das Album After Hours von The Weeknd erscheint. Jasna. Ich sag wieder 2020. Hast du noch nie gesagt. Habe ich auch gerade gedacht. 13 hatten wir. 97 war richtig. Ich habe irgendwie letztens gedacht. Ich habe es schon mal gesagt. Ich habe es nicht gesagt. 2020. 2020. Ja. 2020 ist richtig. Yes. Na bitte. Das weiß ich, weil ich bin großer The Weeknd Fan. Da meinte ich. Nächste Runde. Die Ja-Saga. Welches Jahr suchen wir? Was ist das denn? Das sind Lordi. Links im Bild ist der Problembär Bruno. Er stirbt am 26. Juni des Jahres. Im Kino startet Borat. Am 11. November des Jahres startet der Verkauf der PS3. Allerdings erst mal nur in den USA und in Japan. Nächster Hinweis. Unfassbar, wie lange das schon her ist. Als die erste Staffel von GNTM beginnt. Schade, dass Bill nicht mehr da ist. Nein, lassen Sie schon. Die Sportis veröffentlichen 54, 74, 90. Ja. Paul. Na, dann ist das wohl 2006, ne? Das könnte wohl 2006 sein. Wobei es könnte natürlich auch sein, dass vor dem Sommermärchen das schon 2005 rausgekommen ist. Das ist das Album von Sportis. Könnte sein, aber ist natürlich nicht so. Könnte sein, aber ist natürlich nicht so. 2006 ist richtig. Dann ist das der Punkt für Sido und die Sendung für Helena. Hast du eine schöne Pause da? Ja, danke. Ja, ich nehme die Tipps gerne mit. Ja, nicht alle, aber ich... Mach mal. Das ist ja nicht so. Saat mir eigentlich. Das ist ja nicht so. Ich nehme von Mästen. Ich nehme die Tipps gerne mit. Das ist das auch nicht so. Also, ich nehme die Tipps gerne mit. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Ja, ich nehme meine Tipps gerne mit. Vielen Dank.